So, Servus Leute und Willkommen zurück bei einem neuen Part von Minecraft, Part 44 und ja, heute zum ersten Mal mache ich das jetzt so, dass ich einen Part jetzt nur aufnehme, der wird dann um die 15 Minuten dauern und ja, ich hoffe Musiklautstärke passt so jetzt und der Rest auch, ich habe hier das letzte Mal meine Ofen geburnt und ich chill jetzt auch gerade in meinem Test, ich bin jetzt nicht irgendwie angestrengt. Ich will jetzt hier mal ein kurzes abernten, weil umsonst habe ich die Farben ja nicht und Nahrungsmangel besteht leider momentan immer noch, aber hier ist eh glaube ich alles fertig, deshalb ganz gut. Das noch nicht, da drüben ist glaube ich auch alles fertig. Das war sich einfach alles ab. Egal. Vielleicht reicht es jetzt schon aus für die ganze Strecke, ich hoffe es. Also halt die Seeds jetzt für alle Plätze. Ich habe auch irgendwie das Bedürfnis, die Farben ein bisschen auszubauen, weil die ist momentan noch wirklich sehr klein. Und ja, es geht sich auf jeden Fall aus. Und wir können uns jetzt auch elf Brote machen. Damit wir jetzt immer so viel hungern müssen, wie am Anfang. Aber ich glaube, ja, das Fleisch haben wir jetzt eh noch. Haben wir sonst irgendwas. Mal sehen wir mal nachschauen. Können wir sogar zwölf Brote machen. Fünf haben wir noch. Dann haben wir gleich siebzehn. So. Perfekt. Die haben wir auch da rein. Die sieht es auch. Ich würde es eigentlich nicht wirklich im Plan, was ich hier machen werde. Ich wollte ja mal... Ich habe eigentlich keinen Plan, was ich machen will. Hatte ich mir vielleicht irgendwie vorher überlegen müssen. Ähm, jo. So. Unser Haus sieht oben irgendwie schon ein bisschen scheiße aus. Haben wir noch diese Treppen? Äh, ja, nicht mehr viel. Vielleicht geht es sich aus, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht aber auch nicht. Ich klettere da jetzt einfach mal hoch. Okay, das wird sie wahrscheinlich nicht spielen. Okay, nein. Da muss ich wohl oder übel noch ein paar bauen. Äh, Axt. Gehört sich meine alte Maus wieder ungeschlossen, weil die andere kaputt worden ist. Ich werde mir dann sowieso bald eine neue zulegen. Au. Ach, geil. Kein Holz mehr. Kein passendes. Aber da hinten haben wir, was ich meine, einen Birkenwald gebaut. Ich nehme jetzt einfach mit dem Baum hier mit. So viel brauche ich jetzt gerade eh nicht. Ich muss nur die Treppen da oben machen. Ich glaube, ich habe da hinten eine große Birken-Ding gemacht. Jo. Da hinten, ja. Stimmt. Aber mit dem brauche ich das jetzt nicht, deshalb... Aber ich brauche normale Bäume. Ich gehe einfach jeden Bad Holz sammeln. Ich glaube, ich werde einfach mal so als Nebenbad einen Holzfarmbad machen in Spittingen. So 30 Milliardenfach beschleunigt, damit ihr mal 3 Millionen Stacks habt für das Projekt. Und dann passt alles. Oh, ich habe mir gerade auffällt. Ich habe hier Too Many Items installiert. Geht mit O, glaube ich, weg, ja. Boah. Das benutze ich nur in meiner Creative Map. Ein Video dazu kommt auch noch. Was brauche ich hier eigentlich? Das eigentlich keine Creative Map ist. Aber... Ja, das seht ihr dann im Video, wie das so gemacht ist. Ich habe dazu schon ein Video gemacht. Das muss ich dann auch noch mal rennen und holen. Und deshalb brauche ich mir das installiert. Ich habe nicht vor, das hier zu benutzen im Singleplayer. Ey. Das ist eigentlich egal mit, was ich das jetzt ausbaue. Weil hier wird sowieso nie etwas sein. Das könnte ich jetzt eigentlich theoretisch auch so lassen. Ich baue hier Fackeln hintermitten in Expand und alles in Ordnung. So. Das können wir auch wieder weg machen. Und jetzt zu dem Holz hier. Da wollte ich... Ja, genau so wollte ich das machen. So. 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 Und von der Menge sieht es auch gut aus. Bis ich genug haben werde. Also ich nehme den Part jetzt heute auf. Am 17. Und morgen ist der 18. Wann das kommen sollte. Also wie schon bereits angekündigt. Ich werde jetzt immer einen Part aufnehmen. Und den dann hochladen. Also jeden Tag einen Part aufnehmen. Obwohl... Sieht das so aus? Okay. Das sieht definitiv nicht besser aus. Eher schlechter. Jetzt bin ich gleich wieder weg damit. Und die Sonne ist gerade richtig nervig. Und da ich hier jetzt nur noch diese Treppen habe. Jo. Genau. Können wir jetzt einfach mal den Weg hier ein bisschen verschönern. Und schauen, ob wir genug Kies haben dafür. Wenn nicht, müssen wir farmen gehen. Wow. Wir haben ja unglaublich viel Kies. Okay. Äh, okay. Wir gehen pennen. Und... Wir können auch nicht sleep at night. Aber die Zeit vergeht. Schon der Hälfte des Bads um. Ey, lass mich jetzt schlafen. Ich brauche Kies. Jetzt? Danke. Für den nächsten Part werde ich mir dann einmal überlegen, was ich da für ein neues Projekt jetzt machen werde. Auf dieser Map. So. Einfach mal so. Das will ich hier auch noch haben. So. Das ist auch noch weg. Das geht sich jetzt genau aus. Und ich brauche Kies. Habe ich da unten irgendwo Kies übersehen? Oder einfach liegen? Jawoll. Ey, das ist aber richtig perfekt. Ich hoffe, ich will jetzt gleich eh hin sein. Und jetzt einfach alles mit. Oh mein Gott, wie viel ist denn da? Einfach mal den Fackeltrick hier nutzen. Wie ich schon einmal erwähnt. Der ist schon uralt. Oh, hier bringt er richtig viel. Äh, ja. So. Fackeln wieder mitnehmen. Da ist noch einer. Und schon haben wir über einen Stack wieder. Oh, das wollte ich nicht. Und wir gehen wieder hoch. Und bauen das jetzt ein für allemal zu. Weil das brauchen wir jetzt nicht mehr. So ist gut. So ist super. Und jetzt bauen wir uns einen Weg vor unsere Tür. Auch wieder da ein bisschen weiter raus. Ups. Noch ein Pickel im Boden. Okay. Dann haben wir uns jetzt hier schon einmal ein kleines Haus gebaut. Sieht zwar nicht wirklich doll aus gerade. Aber wie spät haben wir es denn? Okay. Ich habe jetzt irgendwie das Bedürfnis, den Brunnen hier zu bauen. Dazu benötige ich jetzt nochmal Cobblestone. Ach gut. So. Der Kompass da rein. Um eine unendliche Wasserquelle zu machen. Und den Rest bauen wir dann das nächste Mal. Ich baut es noch schnell da hinten. Vollständigkeitshalber. Ey. Okay. So wird es nicht gehen. So. 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 Nein. Bäm. Wo ist denn mein Dach? Das baue ich hier ab. Und das baue ich auch wieder weg. Nicht wirklich viel gemacht hat jetzt in diesem Part. Das muss ich schon sagen. Ähm. Jo. Hier war ich jetzt noch gar nichts sehen momentan. Ein kleiner Make haben wir gebaut. Ein kleiner Make haben wir gebaut. Da. Das hier ein bisschen Holz gefarmt. Und ja. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Und jetzt. Und jetzt. Nebenbei. Muss jetzt nicht sein. Dass es gleich jetzt kommt. Aber. Jetzt wahrscheinlich überhaupt noch nicht. Ich habe irgendwie Lust ein Outro zu machen. Nächster Zeit. Also. Für jedes. Let's Play 1. Ein exklusives. Und ja. Ich sage euch nochmal danke fürs Zuschauen. Schaut morgen wieder vorbei. Bei Bart Nummer 45. Und dann mal schauen. Was wir da so bauen. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.